Ja, hier ist euer Marc Quart und in dem Video werden wir über alleine rausgehen reden. Was sollt ihr machen? Wahrscheinlich kennt ihr die Situation, ja, euer Wingman hat euch vielleicht mal abgesagt oder er ist vielleicht eingepennt, er meldet sich gar nicht oder ihr seid in den neuen Start gezogen. Was sollt ihr machen, wenn ihr einfach keinen Wingman habt, wenn ihr vielleicht auch keine Freunde habt oder eure Freunde euch abgesagt haben, aber ihr wollt nicht alleine zu Hause verschümmeln, sondern ihr wollt an sich den Diskomfort annehmen, ja, dass ihr sagt, hey, fuck it, ich gehe jetzt einfach trotzdem alleine raus, mir ist das jetzt scheißegal, ich kacke da drauf, ich gehe alleine raus. Wie sollt ihr euch fühlen, was sollt ihr beachten, in dem Video reden wir genau darüber. Punkt Nummer 1, ihr sollt entspannt sein, ja, ihr müsst euch entspannt fühlen und was euch dabei immer viel hilft, ist, wenn ihr einfach tief durchatmet, ja, wie ihr das Ganze als halbwegs normale Situationen annimmt, wenn ihr euch nicht denkt, oh mein Gott, ich bin der Creep, ich gehe alleine raus, ich habe keine Freunde, jada, 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 ja, wir sprechen gleich noch darüber, was ihr zum Beispiel machen könnt, wenn euch eine Frau fragt, ja, wo sind denn deine Freunde überhaupt, da reden wir gleich noch drüber, aber ganz wichtiger Punkt, ja, bleibt entspannt und kommt euch nicht übermäßig nervös vor, einfach nur, weil ihr alleine weg seid, ja. Punkt Nummer 2, für euch sollte es etwas total Normales sein, ja, alleine wegzugehen. Betrachtet es als etwas ganz Normales, ja, ihr könnt euch ja mal überlegen, ja, warum finde ich das überhaupt weird oder warum fühle ich mich komisch, wenn ich ohne Freunde in den Club gehe, ja, und ich habe tatsächlich schon, ich habe schon Models kennengelernt, die, also weibliche Models natürlich, die alleine rausgegangen sind, weil die wollten halt ein paar andere Leute kennen und vielleicht fanden die das langweilig, mit ihren Freundinnen rauszugehen. Es sollte für euch sich normal anfühlen, ja, ihr solltet nicht übermäßig nervös sein, es, ihr solltet es nicht als awkward, als creepy, als komisch betrachten oder so, wenn ihr mal alleine weggeht, ja. Es wird immer wieder vorkommen, dass ihr mal alleine weggehen müsst und, ähm, ihr wollt euch einfach nicht von anderen Leuten abhängig machen, ja, ihr wollt euch nicht von euren Freunden abhängig machen, ihr wollt euch nicht von, ähm, anderen Leuten abhängig machen, ihr seid immer dann, normalerweise, ja, komplett am freiesten, wenn euch das eigentlich egal ist, ja, wenn ihr auch so einen coolen Abend haben könnt, ohne, dass ihr dafür irgendwelche, vielleicht Freunde oder Kollegen von euch braucht oder sonst was, oder dass ihr euch nur sicher fühlt, wenn eure Leute dabei sind, ja. Das ist immer eine Sache, die finde ich sehr, sehr komisch, ja, es gibt manche Männer, die müssen zum Beispiel immer in einer Gruppe von 5, 6 Leuten rausgehen und, ähm, die könnten, die fühlen sich, außerhalb der Gruppe fühlen die sich gar nicht stark, ja, da haben die gar keine Eier, da würden die niemals zu einer Frau hingehen und, ähm, sowas kann ich immer überhaupt nicht verstehen, ja. Ja, also ihr solltet euch auf euch selber verlassen können, ihr sollt mit euch selber im Reinen sein, ähm, und dann ist es zum Beispiel auch kein Problem, wenn ihr mal an der Bar rumsteht und wenn ihr einfach mal, ähm, keine Ahnung, zwei, drei Minuten niemanden zum Reden hat und einfach, einfach cool alleine an der Bar steht, ja. Habt nicht dieses Bedürfnis danach so, oh, nach dem Motto, ich muss unbedingt mit jemandem reden, wenn ich das nicht mache, dann stehe ich da wie ein Loser und was denken die sich alle und, ähm, denken die dann, dass ich alleine da bin, denken die, dass ich keine Freunde habe, was ist, wenn die mich zweimal sehen, ja. Ihr merkt schon, das meiste, was das Thema angeht, ist eigentlich so ein reines Kopfgeficke und wenn man einfach normal ein cooler Typ ist, dann würde man sich das gar nicht denken, ja. Ich hab, äh, in vielen Clubs hab ich schon wirklich auch coole Männer gesehen, die einfach alleine rumstanden und die haben halt, die fühlen sich dabei nicht schlecht, ja, für die ist das gar nicht komisch, sondern die betrachten das einfach als irgendwas Normales, ja. Vielleicht sehen die sich auch, äh, zu cool, vielleicht sogar mit anderen Leuten zu reden, ja. Das wäre auf das Thema Dating bezogen natürlich wieder sehr, sehr kontraproduktiv. Ähm, ein weiteres, ein weiteres, einen weiteren Vorteil, den ihr habt, so ein kleines Leverage ist, dass ihr euch oft ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, leicht gezwungen dazu fühlt, mit anderen Leuten zu reden, ja. Angenommen, ihr geht mit euren Homies raus, mit euren Freunden und die kennen alle nichts von, von Pickup oder die sind nicht sehr kommunikativ, ja. Äh, dann seid ihr vielleicht auch nur in eurer kleinen Grüppchen und keiner redet mit wem anders und wer, das macht einer, dann vernachlässigst du deine Freunde und ich mein, wenn wir mal ehrlich sind, ja, ähm, oft, äh, hast du ja mit dem Sohn, mit deinen Freunden eh die ganze Zeit zu tun, ja. Und wenn du dann mal rausgehst, wenn du dann in den Club gehst und du siehst halt eine junge, hübsche Frau, die wirklich toll aussieht und die vielleicht auch dich die ganze Zeit anguckt, naja, dann, ähm, solltest du nicht von deinen Freunden gejudged werden oder sonst was, wenn halt einfach die Person jetzt in dem Moment dann für dich interessanter ist, ja. Wenn ihr euch mal überlegt, angenommen, ihr seid so der Typ, der sehr kommunikativ ist, der sehr viel auf so Leute zugeht, der das schon ein bisschen länger macht, ja. Auch wenn ihr mit euren Homies rausgeht, auch wenn ihr mit euren Freunden rausgeht, ich garantiere euch, ihr seid eigentlich in 80% der Zeit alleine. Und das war so eine Sache, die ist mir dann irgendwann mal aufgefallen und dann dachte ich mir so, hey, warum fühlt sich das für mich eigentlich so komisch an, wenn ich alleine weggehe, wenn ich eigentlich, wenn ich halt mit meinen Freunden weggehe, auch 80% der Zeit mit einer jungen, hübschen Frau rede, die ich halt in dem Moment interessanter finde, weil ich mit meinen Freunden ja sonst auch immer reden kann, ja. Warum, warum ist das da für mich komisch? Und da habe ich halt mal wirklich drüber nachgedacht und ich bin so darauf gekommen, dass es eigentlich nur so eine gefühlte Sicherheit ist, wenn du in so einem Fall mit deinen Leuten rausgehst, weil die meiste Zeit konzentrierst du dich eh auf jemanden anders, ja. Und das ist normal, das ist natürlich, ja. Das ist natürlich für dich als Mann, dass du, wenn du weggehst, lieber mit einer jungen, hübschen Frau redest, als mit deinem Kumpel, den du schon seit Jahrzehnten kennst und den du fast jeden Tag siehst, ja. Also da ist nichts dran, da ist nichts Verwerfliches dran. Also angenommen, ihr wart noch nie alleine weg, ja, probiert es einfach mal, geht mal alleine weg. Es ist immer besser, den Diskomfort anzunehmen, neue Erfahrungen zu sammeln, ja, wenn ihr immer mit Freunden weggeht, geht einfach mal alleine weg, schaut mal, wie ist das so für euch. Ihr wollt euch nicht abhängig machen. Ich glaube nicht, dass es wirklich gut ist, ja, solche Leute gibt es, glaube ich, auch, die gehen wirklich jedes Mal komplett alleine weg. Ich glaube, das ist nicht gut, ja, ich sage mal, vielleicht so 80, 20, vielleicht 20% der Zeit alleine, 80% mit anderen Leuten. Man hat gewisse Vorteile, wenn man alleine weggeht, ja, einfach, dass man sich oft mehr gezwungen fühlt, mit anderen Leuten zu reden, dass man ein bisschen extrovertierter ist, vor allem, wenn seine Freunde tendenziell eher introvertiert sind und die vielleicht einen auch zurückhalten, einen schief anschauen, einen verurteilen. Wenn man mit anderen Leuten in Kontakt kommt, die vielleicht auch sogar neidisch oder eifersüchtig sind, ja, oder sie das selber nicht machen können. Man hat gewisse Vorteile. Ihr wollt immer frei und autark sein, ja, und ihr werdet es garantiert immer wieder brauchen, angenommen, ihr seid mal auf einer Geschäftsreise, ihr seid mal in einem anderen Land, ja, oder ihr seid frisch umgezogen oder eure Wings, sagen mal ab. Das heißt, ihr wollt diesen Skill, diese Fähigkeit haben. Und das Aller, Allerwichtigste, ja, wenn ihr das macht, kommt euch nicht komisch vor. Denkt euch einfach, es ist eine normale Sache, ja, hübsche Frauen gehen alleine weg, sogar bewusst alleine, coole Männer gehen alleine weg. Und jetzt kommen wir noch zu der Frage, was sollt ihr überhaupt sagen, wenn euch deine Frau fragt, ja, wo sind denn deine Freunde? Und im Wesentlichen habt ihr natürlich zweierlei Antworten, ja, a, entweder ihr erzählt ihr die Wahrheit oder b, ihr sagt ihr halt, ja, keine Ahnung, meine Freunde, die sind da gerade irgendwo rumgelaufen, ja. Mir ist so aufgefallen, dass Männer eh ein bisschen asozialer sind, quasi, wenn sie weggehen als Frauen. Frauen, die passen immer so auf sich auf bei Männern, ja, naja, wenn der eine eine halbe Stunde weg ist, dann scheiß drauf, keine Ahnung, wo der ist. Bei denen ist es eh ein bisschen normaler und ich glaube, es ist ja auch im Tierreich so, dass halt viele Männer dann mal so ihr eigenes Ding machen und sich einfach alleine durchboxen, ja, manchmal ist es aber auch gut, ja, je nachdem, was euch besser gefällt, was euch besser liegt, ich bin an sich, bin ich jetzt kein Fan von irgendwelchen Geschichten erzählen oder sonst was, ja, dann könnt ihr ihr auch einfach sagen, so wie es halt Sache ist, so, ja, ich bin neu in der Stadt oder mein einer Kumpel hat mir heute abgesagt, aber ich wollte halt unbedingt rausgehen, weil, keine Ahnung, weil ich halt noch keine sozialen Interaktionen hatte und bis 21 Uhr gearbeitet habe oder so, da könnt ihr euch einfach mal ehrlich sein, ja, da kriegt ihr dann auch oft den Respekt, da bekommt ihr dann vielleicht so Sachen zu hören wie, oh ja, ist voll krass, voll cool. Ich als Frau, ich würde mich das nicht trauen, aber ich finde es voll mutig, dass du das machst, ja, und warum soll so etwas schlecht rüberkommen, ne, das ist ja dann ein Kompliment an euch, also es gibt, es wird ganz wenige geben, die euch dann verurteilen oder die sagen so, pah, du Loser, du hast keine Freunde oder was, also wenn ihr euch so öffnet oder wenn ihr euch so verletzlich macht, ist das normalerweise nicht der Fall, ja, und ihr müsst auch immer überlegen, es gibt ganz viele, die, die würden das insgeheim auch gerne können, die würden auch gerne mal alleine rausgehen, ja, oder ganz viele, die siehst du so mit ihren Freunden weggehen und die fühlen sich dann aber voll gelangweilt von den Freunden, weil sie die ja eh oft so sehen und die tanzen dann halt so gelangweilt drumrum und warten eigentlich nur, dass sie mit irgendjemand anders coolen ins Gespräch kommen, solche Leute wirst du auch oft sehen, ja, und die ganzen, die dumm alleine zu Hause im Bettchen vor sich hinheulen vielleicht, die siehst du natürlich nicht, weil die sind ja gar nicht rausgegangen, ja, also es ist auch ein bisschen eine verzerrte Sichtweise, es ist immer gut, wenn ihr alleine weggeht, ja, es ist meistens, es ist viel, viel besser, als zu Hause zu bleiben und sich ins Bettchen zu heulen, wenn ihr halt auch weggeht, weggehen wollt, wenn ihr Lust darauf habt, also setzt, setzt, ob ihr jetzt mit Freunden weggeht oder alleine weggeht, es sollte nicht so das entscheidende Kriterium für euch sein, ob ihr weggeht oder nicht, sondern allein einfach, ja, wie sehr ihr überhaupt weggehen wollt, wie sehr ihr neue Leute kennenlernen wollt, wenn das euer Ding ist, wenn ihr rausgehen wollt, ja, dann solltet ihr euch nichts ausmachen, alleine wegzugehen oder mit Freunden unterwegs zu sein. So, und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euch schneller in dem Thema verbessern, ja, was Pickup angeht, was Beziehungen angeht, was Screening angeht für Frauen, mit denen ihr wirklich mehr Zeit verbringen wollt, dann könnt ihr mal über ein Bootcamp nachdenken, ja, ich kann mit reinem, mit bestem Wissen und Gewissen sagen, es ist zurzeit das beste Programm, das ihr im deutschsprachigen Markt bekommt, ähm, ich kenne mich selber gut aus, ja, und ich weiß, was, sag ich mal, andere Leute anbieten, es ist one on one, es ist nur du und ich, ja, ich mache viel Infields von dir, wir filmen dich, wir gehen drei Tage Hardcore zusammen unterwegs, das heißt Bootcamp, weil es vom Militär kommt, das heißt, ich hatte auch schon viele Leute, die mussten dann nach dem zweiten Tag, ja, abbrechen oder aufhören, einfach, weil sie es halt nicht gepackt haben, ja, es ist kein Kindergarten. Mir ist es an sich egal, wie fortgeschritten du bist, wie deine Skills mit Frauen sind, das Einzige, was ich wirklich von dir verlange, ja, und da mache ich auch keinen Pardon, ist die Fähigkeit auszuführen. Ich möchte nicht, dass du ein großes Ego hast, ja, ich will, dass du meine Ratschläge komplett annimmst, aber wenn das der Fall ist, wenn du, wenn du, wenn du das kannst, ja, dann ist es mir egal, ob du Jungfrau bist oder, ähm, ob du 40 bist, äh, schon wahnsinnig viel Erfolg hat es mit Frauen und, ähm, und jetzt so noch so die letzten kleinen, kleinen Feinheiten an dir schleifen möchtest, ja. Wenn du sagst, das ist was für dich, geh auf meine Website datingadvice.de slash bootcamp und füll das aus, ja, dann bekomme ich eine E-Mail, dann schedulen wir einen Call, da reden wir zuerst über deine Geschichte, dann über deine Ziele und dann werden wir sehen, ob wir ein passendes Match füreinander sind, wenn du so möchtest, ja, und, ähm, dann freue ich mich, euch zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Channel, freut euch auf mehr Infield und, ähm, wir sehen uns, bis dahin, ciao.